So Leute, wir kommen zurück zu Afrika-Cops und wir starten die nächste Mission, aber hören uns erstmal das Briefing an, um was es da geht. Let's go! Das wird sie größtenteils in eine urbane Schlacht zwingen, was ganz und gar nicht nach dem Geschmack unserer Panzertruppen ist. Darüber hinaus wird der breite Fluss durch die Stadt zweifelsohne ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen. Einen entscheidenden Sieg erzielen sie dabei nicht dadurch, dass sie lediglich die Ziele in Basra selbst sichern. Vielmehr müssen sie dafür auch den Flugplatz bei Scheiber einnehmen. Herr General Feldmarschall, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl bei dieser Operation. Erwarten Sie das Unerwartete. Okay, er warnt uns schon mal vor auf was. Aber was werden wir sehen? Erobern Sie alle Ziele in Basra und auf dem Flugplatz in Shabba. Oh, cool, neustuck. Oh, das kommt interessant. Shabba. Mhm. Ja, Städte, Kampf. Übel. Pionierer, Infanterie. Mhm. Letzt man euch hoch. Und so. Du bist die gleiche Gattung, gehe ich von außen da? Ja. So, die zwei Stups. Äh, Artillerie, ja. So, haben wir ja. Und eins auf den Senkel gekriegt in der letzten Runde. Äh, Wahnsinn. Ja. Das ist bitter. Das ist der Job. Voll eins auf den Senkel gekriegt. Äh, die Luftwaffe ist soweit auf dem neuesten Stand fast. Dann würde ich sagen, wir mal ihn noch auf den Pukowulf und gehören zu einem der besten Jäger eigentlich. Italiener gibt's, also bei den Italienern bisher gar nicht. So, jetzt ist die Überlegung bei den Stuckers, Angriff 4, ne, das würde ich so lassen. Die würde ich gerne umstellen, das wird mich aber die Überstärke kosten, aber das ist mir echt gesagt egal. Dann haben wir nämlich einen Jägerbomber. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Äh, wir können... Oh, nicht alle aufstellen, sehe ich gerade. Oh, wir können wirklich nicht alle aufstellen. Okay, aber das ist klar, das ist Städte-Kampf. Okay, ähm... Du kommst hier hin. Die Brückenpioniere müssen auf jeden Fall mit. Äh, ich würde mal fast behaupten hier lang. Du kommst hier mit. Du kommst hier mit. Lammenpanzer, kann man mal hier hinsetzen. Arterie kommt auf jeden Fall mit, also da gibt's kein Wenn und kein Aber. Da hier nicht, äh, da kann man mal hier hin. Die... Panzerabwehr hier hin. Äh, du kommst hier hin. Bei... Äh, ne, komm hier hin. Angriff und Bewegung. Aus dir kann man einen Tiger machen. Du kommst hier hin. Nebelwerfer hier hin. Arterie mit der Reichweite hier hin. Die Italiener hier mit. Machen wir so. Angriff 2 ist ja auch ein perfekter Tiger eigentlich. Ja, machen wir den auch noch, dann passt das aber. So, Aufklärer, du kommst hier hin. Wobei, du musst nach vorne. Du hast so eine gute Sicht, muss ich nutzen. So, die Artillerie, die Schütze natürlich mit. Die Luftwaffe, ja. Wir kriegen einen Jäger gestellt. Da war ein Augstjäger. So, die Bombe auf jeden Fall mit, also da keine Abstriche machen. Die Artillerie kommt auf jeden Fall mit. Flack, ja. Ja, gut, da muss der jetzt halt mal zu Hause bleiben. Dann ist das so. Okay. Ich würde sagen, das passt. Okay, so, ich bin Pionierer. Eins, zwei, drei, kommt da nicht ran, okay. 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 Ja, wohl, Herr Kommandant. sehr gut sehr schön stark das war stark ja ja das wäre jetzt möglich aber ich würde sagen die text hier oben ab die artillerie und hierhin so italienische auf der rücken wirkstatt am plan sollte ich nicht immer aufgestellt leichter panzer meldet sich zur stelle das ist nicht schlecht getroffen hier kriegen wir hier auch noch mal gestellt was ich sagen heute funktioniere ich hier ich habe es die andere einheit okay dann ja ja wunderbar angriff plus 1 für die brücken pioniere das haben sie denn jetzt verteidigung ans angriff 1 minimal hätten halt nur so kommen hierhin so ist natürlich jetzt hier aufpassen was thema flack schon das angeht so falsch im jäger dass ich mal hinten reserve erst bombe habe ich ja bleib mal hin weich weiter zwei wenn er sich bewegt krieg ich es aber volle lotte ab da würde ich sorgen kommen ja geht leider nicht aber da kann man ja du bleibst mal hinten in reserven ok welche überraschung ja das ding da unten ist weg das machen wir am besten mit dem bomber war mit ihm hier na ja immerhin hat nicht gekillt sehen wir es mal so man zieht ich fahr zieht ich jawohl sehr schön pioniere könnte man auch hier eine rüber setzen ja ist meine überlegung die artillerie hier noch auf jäger homo den weg war immer noch es ist wahnsinn ok das ist jetzt enttäuschend das ist jetzt frei ist gefällt mir gar nicht da kann man das ja der brücken pionier hat mir einige verpasst ja 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 Hmm... Um... Geistlob? ok leichter panzer meldet sich zur stelle das ist bitter aber okay so ja würde ich gerne aber echt alle geschossen erscheint so könnten hier hinsetzen dann hier den nächsten übergang machen ja das kann man machen okay so wunderbar dann als nächstes du bitte jetzt direkt Ja, wir gehen hier drauf. Ja, der wäre optimal jetzt hier. Ne, ne, das... Ich weiß, wenn ich es mache, die rückt draußen, dann wird es böse. Na gut, dann müsste der erst weg. Okay, komm. Start-Club. 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 Hm. Ja, so halbwegs, so halbwegs, komm. Gut. Naja, schon klar, vor dem hat er Schiss, ist mir klar. Ja, hier durchzukommen wird auch nicht einfach. Okay. Hier drauf. Start-Club. Der ist gut geschützt, da kann nichts passieren. Wir gehen hier hin. Off, 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 off. So, nächste Runde eher. So, jetzt hier rein. Boah, Wahnsinn, das ist nicht dein Ernst. Kommt schon. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. So, jetzt hier rein. Nein, das ist totaler Selbstmord. Das ist totaler Selbstmord. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Dass der mit seinem Schatzbeschütz daran hält. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Wuff, 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 wuff. Aber ist okay. Nichts passiert. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Ja, das ist egal. Das muss ich jetzt machen. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Kommen wir mal hier hin. Hier hin, hier hin. Start, klar. Start, klar. So, dann. Jawohl, Herr Kommandant. Wir brauchen. Angriff, bloß drei. Boah, genial. Okay, der hat fünf Angriff jetzt. flammpanzer hier hinsetzen problem jetzt ich muss ja auch die einheiten das ist nicht so einfach erst mal dafür sorgen dass hier ruhe jetzt fängt das ganze ging erst richtig okay ja das gleiche mache ich hier auch weil da jetzt durchzukommen ist gerade richtig übel schwer ihr bleibt hier bleibt auch so hier ist es okay du kannst hier hin das abdecken du bleibst auch hier fallschirmiger momentan nicht einsetzbar aber du konntest nicht hier bleiben ich muss dich hier setzen ich muss dich hier einfach ja sehr gut ja die runde machen wir noch leute und dann mal cut so wir gehen jetzt hier hin ich muss mich hier hin leichte panzer meldet sich eine artillerie an dem jetzt vorbeizukommen hier dann wäre hier oben wirklich alles frei leichter panzer meldet sich zur stelle ja wohl sehr schön wenn da die infanzig raus rückt dann habe ich echt ärger die frage ist das gute gehen ja wohl hey kommandant so dann hier eine bombe weiter hier drauf ja 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 das passt italienische aufbärer hier mal ok da ist noch eine einheit ja 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 jäger ja versuche Mueller ab anversuchlich ja dann haben wir ihn Ja, deckt mir mal mein Ziegel hier ab. Das war mir klar, dass er auf den geht. Perfekter Übergang. Ich denke, ich versuche mit Fallschirmegang eine Offensive zu starten. Und das halt versucht. Das kommt ja wirklich klar. Gut Leute, dann war es das von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann geht es weiter. Bis dann und ciao.